Hier oben! 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 Nichts! Oh fuck, man! Alex! Jo, meine Katophe und willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind hier gerade voll im Hype, Alter. Wir laufen auch mal direkt los. Alex schleift noch. Hallo! Ne, ne, ich hab nur kurz noch meinen FPS geguckt. Alles gut. Ah, meine FPS sind auf 60 gecappt. Also wir brauchen immer noch Lohnstäbe, ne? Nicht vergessen. Ja, weil wir einfach nur... Dumm sind. Weil ich nur ein kleiner, einfacher Retard bin. Pass aus. Ich seh's schon. Oh Gott, wir haben jetzt gerade gelegt. Ja. Gut. Ich will die Kiste zuerst auch machen. No, okay, ist in Ordnung. Oh, hier ist nichts mehr. Ja gut, dann gehen wir jetzt zurück. Ja. Werden hochgehen. Noch ein paar... Also ich muss... Ich würde sagen, ich fighte gegen die, weil ich bin immer so ein bisschen fixer als du und dann sind wir aber auch dann... Ja, passt. Du hast auch den Bogen, die ist schon einiges besser. Oh, da hinten sind wieder Warzen, aber ich glaube mehr brauchen wir nicht, ne? Ne, 41 reichen eigentlich. Oh, hier ist... Hier geht gar nichts ab. Guck mal hier, Alter. Ich glaube, ich würde da nicht weiter reingehen. Pass auf, da kommt Lava von oben. Mhm. Das ist ja dann wieder aufgefallen. Da ging's gar nicht mehr weiter. Und von hier sind wir gekommen, ne? Von hier oben. Ich weiß nicht, ob wir von oben gekommen sind. Ja, von hier sind wir gekommen. Von hier. Ja, doch, doch, doch. Stimmt. Okay. Alter Schwede. So, komm. Ich habe zwei fucking Pfeile. Oh, ne, warte. Hier hoch. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Ja, eventuell müssen wir per Schwert gegen die Viecher kämpfen. Ja, ne, wir müssen zurück. Da ist unser Spawner. Oh, 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 geh runter, geh runter, geh runter. Okay, oh, Alter. Komm, wir müssen zurück und hier lang, hier lang. Und dann... Timing-Ding. Hast du noch was zu essen? Ich habe noch, ja. Okay, gut. Wenn es ganz hart auf hart kommt, müssen wir unser Weizen in Brot eintauschen. Ja, gut. Wir brauchen jetzt keine Dias mehr. So, okay. Ähm, ja. Jetzt frage ich mich... Ich frage mich gerade, wie ich gegen den Fighter jetzt. Warte, ich warte, bis er geschossen hat und abgekühlt ist. Komm, schieß. Ja, und jetzt, 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 jetzt. Leute, er stirbt nicht! Tot. Ja, ich habe... Ich habe keinen... Mach das Feuer wieder aus. Hast du? Nichts gedroppt. Nee? Nee, er hat nichts gedroppt. Ja, dann warten wir wieder. Ja, zwei, drei! Drei! Oh, fuck! Das wird hart. Alter! Komm her! Pff, 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 pff! Pass auf, der eine schießt noch auf dich. Einen habe ich! 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 Einen Lohnstab? Ne, ich habe einen getötet. Achso, ich dachte, der hätte einen Lohnstab gedrückt. Ich bin ganz weit weggelaufen. Hinter dir ist auch noch einer! Oh! Ich komme zu dir! Oh Gott! Alter, leck mich am Arsch! Alter, was hat der für eine Aim? Aimbot! Aimbot! Und die drei Skelette sind wieder hinter uns! Digga, die verfolgen uns! Digga, die sind creepy! Ich habe keine Pfeile mehr und ich habe nichts, um welche neue zu machen. Ja, sollen wir nach anderen nochmal gucken? Nein! Das steht jetzt echt ficken! Digga, die Skelette, Alter! Aua! Nicht springen, sonst hauen die Skelette dich weg! Also die Lohn sind weg! Pass auf, dass sie sich nicht runterhauen, ne? Digga, Alex, weg, 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 weg! Der Schwarze kommt, der Schwarze kommt! Digga, ich habe nur noch halbes Leben! Was läuft bei dir? Jetzt sind sie wieder weg, die Skelette, Digga! Das ist so creepy, ne? Das ist halt der Nähter, ne? Da links fliegt einer. Ja, den könnten wir versuchen. Kannst du den zeigen? Perfekt! Gut! Ne, der links geht baden! Ne, gar nicht! Der ist einfach nur unten! Der schwebt jetzt da unten lang! Und hier unten ist auch noch einer! Der kommt jetzt hoch! Digga, die sollen zu uns kommen, nicht hochkommen, Mann! Ja, der muss ja erstmal hoch! Aber ist ja logisch, dass der aus der Distanz eingreift! Mhm! Aber er kommt zu uns! Er kommt zu uns! Er kommt, er kommt, er kommt! Und jetzt kühlt er ab und geht nach unten! Das machen die immer so! Ja! Ach, hier ist noch ein schwarzes Skelett, sonst wäre ich jetzt da runtergesprungen an der Wand! Ja, sollen wir mal... Da kommt er wieder, da kommt er wieder! Ach, leck mich am Arsch! Wir rennen schon wieder? Ja, alles gut! Alles gut, alles gut! Jetzt gleich so! Lovely Potato died! While fighting an... Lore! Mhm! Die sind ganz unten jetzt! Ich feite das Skelett hier! Mhm! Und blocken die eigentlich keine Pfeile? Das sind aber cool! Ich weiß, die haben keinen Bogen, aber... Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten! Warte! Jetzt geht er wieder runter! Ich geh runter! Ich springe! Okay, der hat sich aufgeladen! Versteck mich! Hier sind vier Stück, Alex! Ja, warte! Ich versuch! Ich brenne nicht mehr! Ich raggele! Oh, hier ist ein Skelett! Digga, ohne Witz, ne? Ich versuch' gerade den hier oben zu ficken! Digga, ohne Witz, Alex! Das ist so anstrengend gerade, ne? Ja, es ist... Oh Gott, ich brenne! Was ist Schluss? Es backt! Es backt! Es backt! Oh Gott! Okay, ich hab' nicht noch viel Herzen, aber es geht noch! Es geht noch! Wunscher, wunscher! Digga, ich hör' die Dinger nur schießen! Die hat nichts gedroppt! Ja, ich bin hier grad am fighten! Alter, ich bin grad am fighten seinen Vater, Alter! Digga! Warte, ich komm' mal zu dir! Hier ist zwar auch einer gesporned, aber... Digga, ich renn' hier, Digga! Ich brauch' Essen, Alex! Ich hab' kein Essen mehr! Ich hab' nichts mehr an Essen! Ich bin schon runtergekommen! Ganz hinten, ganz am Ende! Jetzt hier wieder so'n scheiß Skelett gesporned, Alter! Ende rechts oder Ende links? Nee, da, da wo du bist! Da einfach links runter springen! Ich brauch' einfach nur Essen, bitte! Ganz schnell! Skelett, Skelett! Hier! Jetzt hab' ich's wieder aufgesammelt, oder? Du! Einen hab' ich! Zwei hab' ich, zwei hab' ich! Ich hab' ein, ich hab' einen! Ich hab' auch... Oh Gott! Ich hab' den Schwein geschlagen! Nein! 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 Ja, komm! Baut dich hoch, baut dich hoch, einfach hoch bauen Ich hab keine, ich hab keine, aha Warte ich muss, ich muss ausweichen, ich muss ausweichen Alex soll ich zu dir kommen? Warte, warte, warte Alles gut, alles gut, ich schaff's, ich schaff's Alles gut Die kommen hinter dir, dicker Alex spring hoch, baut dich hoch, baut dich hoch Bau dich hoch, baut dich hoch Oh alter, hier oben, 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 oben Oh fuck man Alex Scheiße Alle Leute, ein herzlich willkommen zu einer neuen langzeit Minecraft-Projekt, hoffentlich, vielleicht wer weiß, und zwar zu Besitzungen schon Gladys 2 Das meinte ich Hi War die letztes Mal? Nein, die war letztes Mal noch ein bisschen leer Aber die Musik ist auf jeden Fall laut Und irgendwie geht's hier runter Aber nicht, gelootet, ne? Als ob Ach fick doch die Henne, alter Als ob Wer geht denn bitte schön so in der Bass Ja Guck mal, also wenn man mal hier vorne guckt Warte mal, wie haben die sich... Nein Warum haust du den? Hallo? Ja Ach scheiße, jetzt läuft's hier mit dem Fernseher Er hat versehentlich das Kabel rausgezogen Nein, alter Aber du kannst doch noch spawnen, ist doch alles gut Ja, aber jetzt haben wir nur noch ein Leben, ey Das ist völlig egal Das Ding ist, da unten... Ja, du musst aber die Netawarzen und so aussammeln, ne? Ich will die Netawarzen... Achso, die Dias hast du auch ins Backpack? Ja, klar Digga, willst du mich verarschen? Ich hör hier noch ein Ghast jetzt Versuch zurückzukommen Nein, ich will deinen Loot mitnehmen Ich muss... Alex, ich muss das Essen mitnehmen Ich komm sonst nicht zurück Ich hab auch kein Essen mehr Oh, Leute, war das das letzte Steak? Ja, das war das letzte Steak Digga, ohne Witz, Alex Das war ja mal die heftigste Folge ever Warte, ganz... Kleine Frage Hattest du einen Lohenstab? Wenn ja... Ich glaub nicht Weil ich habe nur einen Ja, einer reicht schon, ist okay Aber wir brauchen doch einen Brautisch Ja, den können wir mit dem einen machen Und das andere haben wir im Backpack Das andere Zeug Okay Ja, also alles gut Ich respawn mal, ne? Ja? Ja, äh, nein Wie nein? Warte, bis ich im Spawn bin Wir haben keine Base, wo willst du hin? Du hast keine Waffen, du hast gar nichts Es ist auch niemand auf dem Server Schon alles gut Ja, aber wenn Nacht ist, bist du trotzdem am Arsch Ne, man kriegt doch ein bisschen Stuff Schwert und so Also bist du... Ja, aber Digga, du hast keine Rüstung Du hast keine Rüstung Ich bin direkt verreckt, als ich keine Rüstung hatte Ja, stimmt Ähm Ach, warum musste ich dieses hässliche Schwein schlagen, Mann? Kannst du mir erstens die Koordinaten sagen Und zweitens... Wir hätten nicht mehr aufnehmen dürfen Das war die Rache dafür Also die Schweine haben sich schon beruhigt, ich kann wieder an den Schweinen vorbeigehen Okay, X14 Ja Ja Y87 Z-75 Warte, warte, warte Also X14 Ja Y87 87 Ja Und Z? Und Z-75 Minus... 75 Seh ich Okay, dann lauf ich da jetzt hin Fuck Das ist so deprimierend Das ist so deprimierend Aber du hast wirklich... Bist dir sicher, dass wir alles haben Jetzt zu 120.000% Ich will nicht noch meine Hände... Ich will nicht noch meine Hände... Digga, ich höre einen Garhast Ohhhhh Nein, 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 nein Es kann sein, dass ich den Goldapfel essen muss Ja, egal Wir haben ja genug Gold Ja, aber Lohn Digga Ich spring hier runter und komme direkt zwischen zwei Lohnen Oh, das spielt mir mit einer Eisenrichtung Bestimmt meine jetzt an Digga, wie viele Schweine das auch auf einmal waren, ey Fuck Alter, der Gast, der Gast, der Gast Skelett Ich glaub Ich glaub, es lag daran, dass ich grad mit der Lore gekämpft hab Und dann noch so voll im Fieber war Und dann hab ich das Schwein gesehen und dachte Feind, zack drauf Ich muss den Goldapfel essen Fuck, man Ich schäme mich grad schon an den, ich muss nicht zugeben Ey, ohne Witz, du glaubst nicht Vor allem überleg mal, ich hatte 25 Level, die sind alle weg Ich hab den Gas getötet zum Glück Ich weiß aber nicht mehr, wie ich hier zur Base komme Ich habe nichts mehr zu essen Da sind drei Lohen drüben Hallo Lohen Seid ihr noch ganz dicht? Wie ich jetzt einfach so im Sterbebild schon die ganze Zeit sein muss Oh, Lohnspawner, Lohnspawner, Lohnspawner Diese scheiß Skelette Digga, ich muss auf drei Lohen zu rennen Digga, Alex, oder kannst du Essen holen und zum Spawn rennen? Schaffst du das? Ist es Tag? Ist es lang? Ich komme ja schon zum Spawn Ich spawne ja beim Spawn, du kommst ja weiter hinten raus Ja, aber renn doch von da Alter, ey, ohne Witz ne Die ganze Zeit finden wir keine Lohen Ich respawn jetzt einfach mal, ja? Ja, ja Kannst du mich abholen? Ich hab kein Stuff Ach Gott, ich dachte grad ich hätte kein Stuff bekommen Alex Ich komm hier nicht raus, hier sind zu viele Lohn Ich komm nach da hinten Du musst in den Neta kommen Ich komm hier nicht mal vom Neta weg Alter, ohne Witz ne, wenn du jetzt nochmal stirbst, ne? Ja, dann sind wir raus, ne? Ne, du Lava Was deprimierende ist Einfach alles deprimierende, blöd Ich reg das grad so auf, das war so richtig dumm, man Und unnötig Scheissnett Was hab ich am Schwein? Ach, ich hör keinen Minecraft Sound hier, nice Ich bin jetzt schon wieder langsam weg zurück Ich bin jetzt langsam zurück Jetzt bin ich von den Lohn weg, ich bin von der Festung weg Ich renne jetzt unseren Weg zurück Alex, ich hab kein Essen Ich hab gar nichts Fahr mal bitte, fahr am Essen Pack's im Backpack und gib's mir Ja, warte Das ist, das ist der Weg Das ist der Weg Soll ich's auch noch braten? Keine Ahnung Hauptsache, ich hab noch vier Balken jetzt An Essen Äh, ich nehm das Lapis raus Da, Fleisch ist drin Okay, okay Ohne Witz, das mit dem Dingens Da bin ich grad ein bisschen stolz drauf Mit dem Fleisch Mit dem Backpack, das du draufgekommen bist Ja Ich wär da nicht draufgekommen, ganz ehrlich Oh Ist das Cheating? Ne, ich würd das jetzt nicht als nicht erlaubt sehen Nö, wieso? Farm weiter Und ähm, brate das bitte Ja, das eine Chicken konnte ich grad nicht mitnehmen, weil da sind drei Creeper gewesen Ja, wow, ich hab auch nur noch drei Hungerbalken Ach so Ich muss selber was essen Ja, gut So, jetzt ist mein Handy ausgegangen Ein Glück Wenn die Schweine mich jetzt immer noch angeht Ach so, nein, warte mal, ich hab doch Karotten nicht, Depp Ach, gib mir die Hälfte davon Ja, stimmt Ja, das könnten wir auch machen Warte kurz, ich muss schnell an den safe place Weißt du, was das Gute ist? Ja, bau dich einfach in den Boden, Alex Ne, ne, ich will zum Meterportal kommen Oh, 16 Karotten hast Okay, warte Oh, alter Schwede Das du gestorben bist, hat uns aber grad förmlich den Arsch gerettet Weißt du, dass wir wären da zu zweit, wären wir da nicht weggekommen Wären wir nicht weggekommen Guck dir die Folge bei mir an Und sag mir ins Gesicht, dass du da weggekommen wärst Überall Lohen Skelette Schwarze Skelette Und die Piggy's Aber die haben recht schnell aufgehört, mich anzugreifen zum Glück Ich muss aber erst mal gucken, wo ist denn das Portal nochmal gewesen? Einfach nur in die eine Richtung geradeaus Da, wo die große Farm war In die Richtung Einfach nur da geradeaus weiter Okay, mach ich grad Hoffe ich zumindest Ah ja, ich seh's Okay, da komm ich jetzt hin Und ich hab Ich kann dir Schuhe an Rüstung geben Und Eisen und so hab ich auch Also wär gut, wenn du alles vorbereitest soweit Und da irgendwie vielleicht Was soll ich denn vorbereiten? Oh, ich weiß was ich mach Was machst du denn? Kannst du schon mal Öfen basteln? Diese scheiß Mikrorruckler, alter Die regen mich grad richtig auf Äh, mach Minecraft auf Vollbild F11 Creeper, Creeper, Creeper Ey, bitte nicht sterben, Alex Bau dich bitte einfach irgendwo ein, da Es wird Tag, es wird Tag Ja, Creeper bleib doch trotzdem da besprackig Alter Schwede Ja, wie soll ich mich einbauen? Ich hab doch gar nichts Die Festung Alter, ich komm darauf grad nicht, klar Ich bin mein Portal Ich bin mein Portal Ja, komm, komm, komm Ich hoffe du kommst auch beim richtigen raus Ja, klar Ey, ohne Witz Krassesten Folgen ever Ein Leben noch So, ich hab mal schnell die Dia-Spitzeige geholt Hä? Hier ist ein Schwein Was denn? Das Schwein hat sich zurück teleportiert Warum brennt das, warum brennt das Skelett nicht? Ey Bitch Ich bin da, ich bin da, ich bin da Alex, Alex hier, ich bin da, ich bin da Hey, komm mit Ja, mach mal da unten nochmal ein bisschen mehr Obsidian Oh, ich hab's Obsidian gefunden Ja, das war letztes Mal schon da Ja, warte, warte Ich baue's ab Ach ne Warte, ich mach mal Minecraft kurz Aus Hä? Und natürlich nimmt's OBS jetzt nicht Ah, jetzt Oh, ich hab den Eimer verloren Der Eimer ist mir aus der Hand gefallen Weil ich keinen Inventarplatz habe Hier, nimm mal das Bett Ich hab ein Bett gerettet Hui Kill mal das Schwein hier Okay, bitte Nimm mit, nimm mit Fack ein LOL, hier ist grad ein Enderman an dir vorbei Oh! Tipp immer noch, Rocklo Was denn? Genau hinter dir ist der, ist der Creeper Ja, der, der Enderman Also ich baue mal ab, ja? Ja Ich hoff, ich hoff das fällt jetzt nicht in Lava Achso, warte ganz kurz, Entschuldigung So Bau doch erstmal das, warte mal, warte mal Geh mal weg da, geh mal weg da So, jetzt kannst du die hier abbauen eigentlich Okay Du kümmerst dich darum Ja, ich, soll ich, äh Hast du Fleisch oder so, was ich beraten kann? Habe ich? Ich hab elf Schweinefleisch Du hast deine Enderperle nicht mehr Du hast dein Gold Nein, da ist drunter Du hast deinen Goldapfel nicht mehr Deine Respawnzeit ist nur um Also du hast, du hast gar nichts mehr eigentlich Der Goldapfel ist weg Ich hab keinen Goldapfel mehr Das tut richtig weh Ist schad, ist schad, ja Ja, wir brauchen relativ fix was zu essen Ich passe mal den Baum hier ab Wie viele, wie viele Ding brauchen wir? Obsidian? Was brauchen wir? Ähm, für ein Ding ins Tisch? Drei, ne? Keine Ahnung Für den Tisch hab ich... Leder brauchen wir noch Leder? Oh nein, oh nein Was, was, was? Oh Gott sei Dank Wir haben das noch im Backpack Das Leder? Ne, das ähm... Ding Zuckerrohr Achso, ja natürlich Das ist natürlich Battlepack, sag ich schon Ja, wie viel brauchen wir denn? Ich hab jetzt vier Ja, reicht erstmal Reicht, okay Ja, Apfel Hab'n Apfel, Apfel, Apfel Geil Eins zumindest Gib mal Rüstung bitte bisschen Ich hab nur die hier Du kannst auch meine Hose haben Ja, ich kann dir gleich was machen Ja, wir machen uns beide gleich was, Digi Ja, wir brauchen erstmal ne Höhle Wir müssen noch ein bisschen Eisen farben Wir sind total... Unnötig, Alter Wir sind total unter... Unterfarmt, was... Was das Eisen angeht Geht eigentlich Ich hatte noch ein bisschen was Aua Du hattest! Ja, das sitzt halt weg Wie gesagt Hier, kannst du das Holz mitnehmen? Dann haben wir... Ach, ich hab noch 51 Wood, alles gut Ich hab's schon mitgenommen Ja, lass mal ähm... Ich würd gern warten bis der Baum hier Ich nehm jetzt einfach mal... Ich hab den zweiten Apfel Oh, drei Apfel hab' ich jetzt Gut, leider geht's Komm Äh, ich nehm mal hier mir fünf raus, ne? Fünf, äh, Schubber, Ding Jaja, komm mal her, komm mal her Wollen wir uns hier in diesen Rie... Oh, der gerade sieht cool aus Hier sind zwar schon Leute drin Aber lass uns doch einfach mal da rein bauen Einfach um erstmal so'n... So'n... Anfangsstar zu haben Ach, warte, ich nehm die Kuh noch mit Bei Allesfleisch Ich bin einfach nur... Einmal außen rum gegangen Seh dich, seh dich Eine Kuh Ja, ich brauch... Alter Schwede, ey, ohne Witz die Folge war so hart, ne? Die war... Wär mir die Idee mit dem Backpack nicht gekommen, ne? Ich schwöre dir... Auf Uganda, ich wär verhungert Da kommst du jetzt vielleicht mal? Ne, Digga, ich muss ja die... das Essen fahren Das darf nicht normal passieren Ich will jetzt noch diese Folge auf jeden Fall in den Dinger machen Das schaffen wir nicht Die Folge geht noch eine Minute, Alter Ist mir egal, hast du Leder? Äh, ja hier Ja, das ist auf jeden Fall Leder, was du noch hast Ja, warte, die kannst du alle haben Und das kannst du auch haben Danke Ja gut, dann lass uns hier... Hier den Stab? Äh, ich hab keinen Wie, du hast keinen? Der liegt hier Digga, ich hätt dich umgebracht, Alter Ja, lass einfach Kia kommen Ich hab jetzt wieder die Effizienzschaufel Ja, läuft Ja, läuft Ich... warte, baust du dich grad... Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab doch gesagt, komm hier rein Ich hab grad angefangen zu basteln hier Ja, ich auch Komm hier rein Ich hab mich extra in den Sand gebastelt Mach mal ne Workbench, bitte Klar, hier Vielleicht drei, du Arschler Hab ich sie aufgesammelt? Ja, hab ich Hast du die Öfen wieder mitgenommen? Ne, ich hab einen Ich brenn uns mal direkt, Cobblestone Braustand Ist am Stizzl Die krasseste Folge EU-West, Alter Alter Neterwarzen Ach ne, wir haben ja noch... Gott sei Dank, ich bin grad ein wenig erschrocken Ich will verzaubern, Alex, ne? Also Verzauberung ist gespielt Äh, ja Mach ich... Wie mach ich nochmal ein Buch? Meine Folge ist zu Ende, ich geh mal raus Wie mach ich nochmal ein Buch? Lederbuch, Leder Ähm... Oder ich glaub... Erstmal Papier machen, ne? Ja Ähm... Ja, du musst trotzdem jetzt raus, Folge ist zu Ende So, Alter Ich mach den jetzt noch schnell Ja, mach das einfach Das war die Folge aus Uganda Ich erzähl ein bisschen während du craftest Das war die Folge auf Uganda Mach ich Buch Guckt euch bitte... Ist doch jetzt egal, Mann! Nein, ist nicht Ah, so Wo gab es jetzt? Krasseste Folge ever Ohne Witz Wir haben... Bitte sag mir nicht, dass du komplettes Zuckerrohr verbraucht hast Nein Okay Bist du behindert? Ähm... Ob jetzt? Also dass alles gestorben ist, ist ein krasser Verlust Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so lange im Neta waren und so viele Diamanten haben Dass wir jetzt auf dem Niveau der anderen sind Jetzt brauchen wir nur noch genug Essen Wir brauchen die richtigen Splash Potions Wir haben das ganze Sprengpulver nicht mehr Ja, egal Aber das sind glaube ich Splash Potions Ja, die drei Dinger sind schon Splash Potions Ja, das weiß ich Auf jeden Fall Guckt euch auf jeden Fall Topras Folge an Weil ihr wollt alle wissen, wie ihr gestorben ist Das war richtig mies, Alter Ja, Alter, das geht gar nicht Klar, heftigste Folge ever Ohne Witz Ich brauche jetzt erstmal eine Pause für eine Woche Ich geh in so einen kack Verzauberungstisch Alex kann keinen Verzauberungstisch? Ja, egal Ey, wir können verzauberte Diaschwerter machen Zwei Stück davon, Alter Heftig Richtig, richtig heftig So, meine Aufnahme ist jetzt beendet Das ist klar, ich bin weg Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei Ich bin weg in dem Sinne, haut rein Danke fürs Zuschauen Muaaa